Der Rentenschock, das muss jeder wissen. Und genau deshalb machen wir dieses Video. Und nein, das Wort Schock stammt dabei gar nicht aus meiner Feder, damit du dieses Video anklickst, sondern tatsächlich von einer öffentlichen Stelle. Und ja, ich weiß, das Thema Rente schieben wir alle nur zu gern weit von uns weg. Aber früher oder später ist es irgendwann soweit und wir erreichen dieses Alter. Das hoffe ich zumindest für jeden von uns. Was du also jetzt unbedingt beachten musstest, was der Schock daran ist und was man vielleicht noch tun kann, das erfährst du in diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um die Rente. Und die leider dazugehörige unschöne Wahrheit, denn dass die Rentensysteme hierzulande ein Problem haben, ist uns wohl allen bekannt. Aber wie krass die Zahlen dabei wirklich sind. Und was dich und mich im Alter wirklich je nach Einkommen an Rente erwartet, ist meiner Meinung nach erschreckend. Oder halt wie im Titel geschrieben, schockierend. Wer unsere Videos kennt, der weiß, dass ich eher ein positiv denkender Mensch bin und hier auf dem Kanal nur sehr ungern schlechte Stimmung verbreite. Aber in diesem Fall geht es nun mal fast alle von uns an. Und wenn selbst, wie jetzt gerade geschehen, der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums öffentlich bestätigt, dass, und ich zitiere, schockartig steigende Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Rentenversicherung ab 2025 drohen, dann muss die Lage wohl wirklich ernst sein. Und das Wort Schock stammt eben nicht von mir, sondern aus diesem Gremium. Auf unserem Kanal veröffentlichen wir ja regelmäßig Videos zu den Themen Steuern, Geldanlage und Finanzen. Also abonniere doch am besten jetzt gleich unseren Kanal und stelle die Glocke auf alle, damit du auf dem Laufenden bleibst und im Idealfall etwas mehr aus deinem Geld machen kannst. Wir freuen uns auf dich. Doch kommen wir jetzt zum Thema. Und vielleicht hast du ja auch schon mal deinen Rentenbescheid, beziehungsweise die Hochrechnung deiner zukünftigen Rente in den Händen gehalten. Dieses Papier sieht ja in etwa so aus und es soll eine Vorahnung geben, wie denn deine Rente im Alter so aussieht. Allerdings muss man dabei einige Punkte beachten, um diese Informationen darauf auch richtig zu deuten, wozu wir ja auch schon mal ein Video gemacht haben, welches wir dir gerne verlinken. Denn, wie angekündigt, soll es hier nicht um die allgemeinen Probleme an sich des Rentensystems gehen oder auch der Rentenkasse, sondern um die wirklichen konkreten Zahlen. Also das, was du mit deinem Einkommen später nach aktuellem Stand bekommen kannst. Je jünger man sich also den gleichfolgenden Zahlen bewusst wird, umso größer ist noch die Chance, seine Situation zu verbessern. Letztendlich gibt es natürlich einige komplexe Formeln mit vielen Variablen, um die eigene Rente zu berechnen. Aber wir vom Kanal Finanznerd wollen es dir ja so einfach wie möglich machen und geben auch mal in diesem Video einen einfachen Weg an die Hand. Um zu verstehen, wie man in Deutschland seine Rentenansprüche aufbaut, musst du wissen, dass es sogenannte Entgeltpunkte gibt, die man jährlich je nach Höhe seiner eigenen Einzahlung und also auch seines Verdienstes sammelt. Jeder Entgeltpunkt hat dabei einen Wert an Rente, die man dafür später bekommt. Je mehr solcher Punkte man also sammelt über die Jahre hinweg, umso mehr Rente kann man später auch bekommen. Ich sage bewusst kann, denn, und das ist etwas, was jeder wissen muss von uns, den späteren Wert eines Entgeltpunktes kann dir niemand vorhersagen, geschweige denn, er ist nicht garantiert. Du zahlst also erstmal ein und bist dann von äußeren Faktoren und der wirtschaftlichen Entwicklung in 20, 30 oder 40 Jahren abhängig. Dies nun mal am Rande, weil es aus der Politik ja gerne mal heißt, dass Aktien- und ETF-Anlage an der Börse so risikoreich sind und es ja keine Garantien dort gibt. Aktuell wird jetzt schon die Rentenkasse mit ca. 100 Milliarden Euro jährlich aus Steuergeldern bezuschusst. Auch das nun mal am Rande. Stellt sich also nun die Frage, wie viel man im Jahr verdienen muss, um einen solchen erwähnten Entgeltpunkt zu sammeln. Jetzt kommt es, tatsächlich braucht man für einen Entgeltpunkt ein Jahresbrutto in West von 41.541 Euro und in den neuen Bundesländern von 39.338 Euro. Und ja, in der Rentenversicherung wird immer noch zwischen Ost und West unterschieden. Verdient man dabei weniger, bekommt man im Verhältnis eben auch nur einen Teil dieses Entgeltpunktes angerechnet. Verdient man mehr, zahlt dementsprechend auch mehr ein, kann man aber auch mehr als einen Entgeltpunkt sammeln. Stellt sich also jetzt die Frage, wie viel denn ein solcher Entgeltpunkt überhaupt wert ist. Denn ein Brutto von rund 40.000 Euro im Jahr ist in vielen Berufsgruppen selbst nach Jahren schon sehr gut, beziehungsweise in manchen Berufen schlichtweg kaum vorstellbar. Hoffen wir also, dass ein Entgeltpunkt richtig viel Rente bringt und du ahnst es vielleicht schon an meiner Betonung, leider nicht wirklich. Für einen Punkt erhält man aktuell in West 34,19 Euro und Ost 33,23 Euro an monatlicher Rente. Nicht mehr und zum Glück auch nicht weniger. Angenommen, eine Person schafft es also, dieses nicht gerade geringe Einkommen zu verdienen und das 40 Jahre lang. So würde sie also eine gesetzliche Rente von 40 Entgeltpunkten mal 34,19 Euro, also 1.367 Euro Rente bekommen. Und das Brutto. Davon muss man nach aktueller Rechtslage und einem Renteneintritt ab dem Jahr 2040, was viele von uns wohl betreffen wird, noch 100% versteuern und zusätzlich Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge auch im Alter noch zahlen. Bleiben dann netto daraus 1.150 Euro Rente zum Leben. Und das für eine Person, die ja eigentlich gut verdient hat und noch einen Monat vor dem Renteneintritt knapp 2.270 Euro netto zum Leben hatte. Wie das gehen soll, muss sich dann jeder selbst fragen. Selbst wenn jemand vielleicht also noch mehr als die erwähnten 41.541 Euro verdient, bleibt es dasselbe Missverhältnis zum Renteneintritt und pünktlich dazu bleiben dann eben nur die Hälfte in etwa ein Einkommen wie vorher. Schlimmer trifft es dann nur noch diejenigen, die weniger als diese 41.500 brutto im Jahr oder eben umgerechnet 2.270 Euro netto als ledige Personen monatlich verdienen. Und das sind immerhin nicht gerade wenig, nämlich knapp 64% der Gesamtbevölkerung und bei den Alleinerziehenden sogar 86%, die weniger als dieses Einkommen haben. Damit du ein noch besseres Gefühl für die Brisanz der Lage bekommst, was die Zahlen angeht, haben wir mal gewisse Rentenhöhen berechnet und was man dafür heute brutto verdienen müsste. Einmal mit 45 Jahren an Beitragszahlung, also wirklich viel Arbeit und ohne lange Krankheitszeiten und etwas weiter rechts mit 40 Jahren. Wer also, und wir fangen mal unten an, beispielsweise 1.000 Euro Rente brutto erreichen möchte, was ja nicht unbedingt ein Ziel sein sollte, der müsste immerhin schon bei 40 Jahren Arbeit knapp 30.000 Euro brutto verdienen. Arbeitet diese Person sogar 45 Jahre, sind es aber immer noch 26.000 bis 27.000 Euro. Und von den 1.000 Euro Bruttorente, du ahnst es schon, bleiben dann nur noch netto übrig 885 Euro. Also nicht gerade unbedingt viel mehr als die Grundsicherung. Viele Zahlen, ich weiß an der Stelle, aber dieses Thema muss uns allen bewusst werden. Und wenn du geplant hast, vielleicht mal eine Rente von 2.000 Euro brutto zu bekommen, dann siehst du schon, wie viel du heute und das durchschnittlich jedes Jahr verdienen musst. Relativ viel, wenn man sich überlegt, welche Zahlen hier in der Tabelle stehen. Viele Zahlen, ich weiß, aber dieses Thema muss uns allen bewusst werden. Zumindest diejenigen, die nicht in so reichen Familien leben oder irgendwann mal was erben und wirklich auf ihr eigenes Geld angewiesen sind. Und die Tendenzen machen das Bild bei der Rentenversicherung nicht besser. Nach dem Generationenvertrag wird das Geld, welches jetzt als Beitrag eingezahlt wird, direkt wieder für die jetzigen Rentenzahlungen verwendet. Dieses Geld wird weder lukrativ angelegt, noch kann so etwas wie der Zinseszinseffekt dabei wirken. Außerdem werden wir statistisch gesehen immer älter und es kommen weniger neue Beitragszahler hinzu, was dazu führt, dass tendenziell weniger eingenommen wird, aber immer mehr Geld benötigt wird. Aus diesem und vielen weiteren Gründen können wir nur jedem empfehlen, zu versuchen, mehr aus den eigenen Finanzen rauszuholen. Um nicht nur im Alter, sondern auch jetzt schon und heute zu profitieren. Wir werden also weiterhin Videos rund um das Thema Geld machen, um so viele Menschen wie möglich damit zu erreichen. Und dieses Video sollte einfach mal wachrütteln. Denn klar, auch ich bin mit meinen 34 Jahren nicht mehr allzu jung, aber auch nicht allzu alt und denke mir manchmal, es ist noch alles so weit weg und man hat noch Zeit. Aber irgendwann kommt tatsächlich die Zeit. Bitte hilf uns dabei, dass dieses Video möglichst vielen Menschen angezeigt wird, indem du für den Algorithmus einen Kommentar unter dem Video darlässt, einen Daumen nach oben für das Video gibst und es vielleicht sogar teilst. Denn nochmal, das ist ein Riesenproblem, was wir hier haben. Angesichts der genannten Probleme ist es wohl auch nur eine Frage der Zeit, wann dann der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung angehoben wird oder aber wir länger arbeiten werden müssen. Am Ende wird es wahrscheinlich sogar eine Kombination aus beidem werden. Natürlich gibt es noch einige Sonderfälle bei der Rente, die wir hier außen vorgelassen haben. So bekommt man zum Beispiel auch Entgeltpunkte für Zeiten der Kindererziehung oder für die Pflege von Angehörigen. Außerdem haben wir die Brutto-Netto-Unterschiede bei den Renten anhand einer ledigen Person in der Steuerklasse 1 berechnet. Ein verheiratetes Paar könnte nach jetzigem Stand netto etwas mehr übrig haben. Es bleiben allerdings trotz der jetzt schon brisanten Lage weitere Fragezeichen, wie zum Beispiel auch die Inflation, zukünftige Rentenanpassung und auch die zukünftige Entwicklung unserer Gesellschaftsstruktur. Also, noch viel zu tun in dem Bereich. Hoffen wir also, dass sich bei diesem Thema in Zukunft etwas verbessern wird, denn so wie es jetzt läuft, kann es 5, 10 oder vielleicht noch mehr Jahre einfach nicht mehr weitergehen. Viel zu tun also. Wir halten dich auf dem Laufenden zu dem Thema Rente, Geld, Finanzen und Geldanlage. Also, abonniere jetzt am besten gleich unseren Kanal. Lass dem Video, wie erwähnt, einen Daumen nach oben da und ich freue mich auf das nächste Video mit dir, dein Finanzner Simon.